Also jetzt die 5307, die es zu schlagen gilt. Kevin Stort und Ilki von Heid Indiehof. Ja, mit hoher Galoppfrequenz, aber das fährt mit einer etwas kleineren Galoppade, aber ungemein beweglich. Das wird erneut ein Führungswechsel, oder? 52,67. Die Führung wechselt von Großbritannien nach Frankreich. In the lead now, Kevin Stort, France. 52,67 Sekunden. Die Friedrichs-Kerrin Stort von France. 52,67, Die Friedrichs-Kerrin Stort. Vielen Dank.